Ich habe hier die evangelische Bibel und hier die katholische Bibel. Die katholische Bibel hat im Alten Testament sieben Bücher mehr als die evangelische Bibel. Die deutero-kanonischen Schriften, sieben Bücher mehr, es sind ungefähr 158 Seiten, wo sie Meinungsverschiedenheiten haben, ob die authentisch sind oder nicht. Das heißt, lieber evangelikaler Christler, deiner Meinung wurden Jahrhunderte durch die katholische Bibel, weil ihr seid ja erst viel später entstanden, die gefälschte Bibel gelehrt. Ja, aber... Ist es das Wort Gottes oder nicht? Nein, ist es nicht. Okay, es wurde als Wort Gottes gelehrt. In der ganzen christlichen Welt. Ohne Ausnahmen. Das heißt, Gott hat es zugelassen, laut deinem eigenen Verständnis, dass die Bibel gefälscht wurde. Klarer Fall.